Ah fuck, das ist das Falsche. Ja, ich will ja jetzt nicht sagen, aber eine bestimmte Person ist die ganze Zeit als erstes rausgezogen. Aham! Ja, Justin immer. Was hab ich falsch gemacht? Easy. Was hab ich falsch gemacht? Ja, das kennst du nicht auswendig. Okay, perfekt. Ja, wahrscheinlich kannst du mich falsch herum gemacht. Oder auf einer falschen Linie. Hier ist es aber auch gut, dass man zumindest bei den Gegnern abgucken kann. Ich hab den Save falsch rum gemacht. Ja. Das ist Justin. Ich hab die falsche Linie einfach. 1, 2, 3. Der Typ hat das... Viel falscher. Auch viel falscher. Viel falscher. Ja, okay. Ich hab null Prozent. Ja, aber auch. Du hast die falsche Reihe, Justin. Ja, aber er auch. Die haben beide null Prozent. So, jetzt haben wir ne Brücke. Okay, ich glaub die ist ziemlich einfach. Ja. Sollte man hinbekommen. Oh fuck. Hatte schon klappt. Hatte schon klappt. So. Ach, Andre. Was bist du denn da? Was bist du denn da? Was bist du denn da? Okay, perfekt. Wir sind... Der wird einfach schlecht. Wir sind noch übrig geblieben. Nein. Ist das wieder jetzt die letzten drei? Das wird ein... Oh, krass. Boah. Tatsächlich hat Korn... Also vielleicht ist Leo Doktor. Tatsächlich hat das Kornrill gerade sogar echt auch geschafft. Nö, jetzt. Jetzt geht's aber ab. Oh. Oh. Au. Fah. Ich hab's vergessen. Ja. Ich hab's schon vergessen. Ich weiß nicht, was ich falsch hab, aber ich hab was falsch. Oh. Oh mein Gott. Und so. Ich hab's so falsch, ne. Ich weiß nicht, was ich falsch hab. Aber Marvin hat's eher... Ja, glaub ich. Na, was bin ich? Jetzt spürst du aus. Fuuuck. Wie viel hast du, Marvin? 480. Ah, nice. Okay, 93 hab ich. Ey. Lats, das ist halt... Wegen Knöpfen. Wegen Knöpfen. Okay, trotzdem. Okay. So. Was ist das? Ja, das ist ja easy. Das ist ja mega easy. Das ist ja mega easy. Jetzt mal aufbauen. Es ist halt eh KKR. Okay, jetzt kommt's drauf an, wer schneller ist. Fuck. Zack. Nice. Ah lol. Ah okay, wir machen beide jetzt nochmal. Ist... irgendwer verkackt wahrscheinlich. Okay. An gucken. Okay. 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 Hm. Ich glaube, er hat die Juma halt jetzt nicht mehr. No. Fuck, ich kann mich glaube ich nicht mehr ganz dran erinnern, muss ich sagen. Oh, fuck. Richtig spannend, glaub ich. Ja, ich darf nicht. Ja, doch. Ja, doch. Ja, ja, ja. Perfekt. Ja, okay. Ich glaube. Ja, okay. Ja. Ja. Ah, zu wenig Zeit. Ja, jetzt aber ich gehabt, wenn er ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. GG. Ah, nee. Darum geht's auch. Jetzt ist es nicht. Haha. Okay, die erste Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen. Sehen wir jetzt in der zweiten wieder. Ja. So, wir kommen in der zweiten Runde. Mal gucken, ob wir hier auch mal was reißen können. Okay, als erstes Thema haben wir das schon wieder auch. Das ist... Das hatten wir schon, aber das ist halt echt hart. Boah, ich glaub, so sollte das eigentlich richtig sein. Boah, ich glaub, so sollte das eigentlich richtig sein. Oh, fünf Holz. Wo so... Wo kommen die hin? Oben, oder? Ich hab' die Chess und Club den Table von der Seite vertauscht, man. Sonst hatte ich alles richtig... ja diese ich habe 60 prozent nur gemacht ich hab ich habe das eine reihe falsch gemacht ich habe ich bin okay das hatten wir auch schon mal ist ziemlich einfach eigentlich sollten wir alle hinbekommen perfekt 20,1 Sekunden Was ist denn der Baus? War ne gute Option. Junge, gängig. Da hat's nicht. Ja. Noch eine jetzt. Da haben Benedikt und Karo Kaffee. Da haben wir die Kaffee. So, das ist ja... Ja, das ist ja nicht. Und von... Ja. Huh? Äh? Nein. Ah, stimmt. Ah, ich bin dumm. Ah, ich auch. So. So. Mit was? Ich hab ein Endeauge geworfen. Hä? Was ist denn mit dem Eimer? Ey, ich hab mein Endeauge geworfen. Nein, aber das glaub ich nicht. Ich hab mein Endeauge geworfen. Das liegt jetzt auf dem Boden dahin. Ich hab's auch richtig eigentlich. Also, weil er die Gesichter hat. Ja, ich auch. Aber was ist denn mit dem Eimer? Ich hab mein Endeauge weggeworfen. 96% Hä? Oh mein Gott. Achso, ich hab's in Glas. Ich hab's in Glas. Ich hab's in Glas. Ich hab's in. Das soll... ja, das ist relativ einfach. Oh, du kürzisch. Blatt mal die. Blatt. Ja? Sieh mal sieben. Ähm, warte mal. Ich muss den kurz konservieren. Nein, Blatt, jetzt. Hä? Ja. Den Fehler hab ich schon erkannt. Brüller. Ey, nicht einfach gucken. Hä? Ey, ich weiß doch. Hä? Hä? Die Checklist beide nicht. Hä? Ich hab's auch vergessen. Ähm, ähm. Oh, ich hab's. Oh! Oh, oh, oh. Fuck, wer hat mehr? Oh, das ist ja, ich war's. Habe. Sag nicht, sag nicht. 100? Fuck. Äh, äh. Ah, das stimmt. Ja, okay. Hä? 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 Ich würde sagen, das war die zweite Runde. Und das war's eigentlich auch mal mit dem Video. Ist jetzt nicht das längste Video, aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Tschüss. Ja, schöne Weihnachtstage. Ciao. Ciao. Tschüss. I see you man, das war's.